Hi Leute, willkommen zur vierten Folge von Arexo. Bist schon drauf? Nein, ich muss erst mal Tankschen weglesen. Ja, ja, okay, ja, ich bin auch noch nicht drauf. Ja, jetzt sollte man Tanks in seiner Aufnahme auch hören. Und ja, ne? Jetzt ist nämlich die erste Folge auch veröffentlicht. Ja, was ist? Auch schon die zweite Folge ist auch schon veröffentlicht. Und es ist jetzt gewechselt. Siehst du die Smileys im Hintergrund? Ja, ja, ja. Okay, gut. Ich hier drauf und 3, 2, 1, uah! Ihr bims drauf. Bis jetzt haben wir noch keinen Strike gekriegt, das ist ganz gut. So, ich bin jetzt nicht mehr unter Schutz Gottes. Oh, wir haben so viel Essen, ne? Och Gott, ist es wieder dunkel, ey. Tachchen. Tachchen. Hey, ich hab gar kein Essen. Kannst du mir was geben? Ja, ja. Warte, 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 warte. Hier, 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 hier. Da. Nein, ist weggebracht. Naja, nicht. Das wär's. Das ganze ist mir jetzt weggebracht. Er ist ein Bruder. Er ist ein Bruder. So, warte, 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 ich bin noch nicht fertig. Ich mach grad ein paar Sachen noch. So, zack, 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 zack. Enchanter. Dann tu ich hier noch was rein. Oh, ich muss jetzt was essen. Warte, Enchanter nehme ich mal lieber mit, nicht, die lassen wir den verlieren, ne? Wir müssen noch Eisen farmen, ne? Für... Erstmal für meine Full-Iron-Rüstung. Erstmal muss ich jemanden Krüger töten. In der Dunkelheit. Ah, hier ist Eisen. Gut, nimm das mit. Wir brauchen Eisen. Hol, was ist das in der Höhle? Erstmal muss ich fackeln, Mann. Das ist süß, irgendwie wie sonst was. Wollen wir nicht... Hast du noch Kohle? Nein, lass doch ganz runter. Lass doch ganz runter gehen. Zu unserer Basis. Lass doch ganz runter zu unserer Basis. Hä? Wo geht's denn runter noch? Ja, komm mit. Kommen wir dann nach oben? Ja, wenn, wenn die Person du bist. Ja, ich war bei der Basis. So. Wir warten jetzt einmal, bis es hier gebraten ist. Gut. Und dann ja. Hast du noch Kohle? Mh, ja. Nee, nee, wir wollen nicht ab 18. Ja, durchschnittlich. Ist das drin? Also. Ich habe vier und sie... Ich habe zwei Bücher noch, ne? Aber Mist, ich hätte ein Zuckerrohr behalten können, dann könnten wir jetzt Zuckerrohr anpflanzen. Egal. Lassen wir die jetzt. Hä? Ja. Was ist denn jetzt? Aber du wirst wieder so rum? Hä? Hä, was denn? Ja komm. Ja, warte. Ist doch noch nicht fertig. Kann man sich eigentlich immer noch schlagen? Jetzt muss ich kurz testen. Alter, ist doch kacke, warum kann man sich denn immer noch schlagen? Ist ne Rot erlaubt? Nein. Okay, direkt wegwerfen. Alter, wenn du dir gerade eine gemacht hast. Ja, richtig. Ich hab so lange gedacht. Alles klar. Und dann ist ja auch noch Mühe. Noch weiter runterwerfen. Ja, komm. Alter. Warum machst du denn eine Rot? Ja, ich hab ja noch dies erlaubt. Jetzt haben wir Strings verbraucht. Bei Varo ist nie eine Rot erlaubt. Wofür brauchen wir denn schon Strings? Für nen Bogen? Ja, für nen Bogen. Ja, die finde ich ja wohl noch mehr Strings. Ja, wohl ne. Ups, hab ich mich wieder geschlagen. So, wir gehen jetzt einfach hier weit. Nein, Alter, was? Ich bin schon wieder am Schlagen, Bonus. Zack, zack, zack. Ah, schön. Erstmal gegen die Wand laufen. Schön. Hast du die Blocke dahin gesetzt? Erstmal gucken wir die Grafikeinstellungen an. Also, ich wette wieder auf 20. Nice. Soll ich auch 5 machen? Okay, gut. Dann sind wir ja jetzt wieder hier, ne? Ach, guck mal. Hier ist noch Eisen drin. Das ist gut. Hier ist Lapis. Yes. Wenn man's braucht. So. Warte, hier ist doch sicherlich noch mehr Lapis hinter, oder? Ja. Ach man, warum legt ihr das bei mir erst eigentlich nur mal? Hm. So, immer so kleine Standbilder. Brauchst du Lapis? Ne. Ich bin, glaube ich, auf 11. Was ist? Hier, da, Lapis. Warte. So. Ich mach erstmal meine Picke auf Effizienz. Fuck, jetzt hab ich ja gar keinen Lapis mehr. Ne, wofür bräuch ich Lapis, aber? Ja, verzaubert. Wir machen doch eh die Errüstung oder so wie Eisenrüstung. Verzaubern. Okay. Nice. Der ist das falsche Verzauber da jetzt. So, hast du noch was übrig? Ja, danke schön. Die wechseln wieder auch nochmal hier am Start. Ah, hier geht's nur Unbreaking drauf. Dann probier ich mal meine Schuhe. Ähm. Ah, hier krieg ich Protection, aber das kostet mir zu viel. Dann probier ich mal den Helm aus. Ja, okay, gut. Dann muss ich wohl die... die Schuhe nehmen. So. Und das gibt's auch noch Blast Protection. Das gibt's noch... Projekt... 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 Okay, okay, okay. So, dann hab ich das jetzt verzaubert. Wir haben noch 10 Minuten Spielzeit. Nur noch. Mhm, okay, dann suchen wir mal Dias, ne? Gut. Ja, perfekt. Warte, selbst wenn du was abbaust, setzen wir... Ach, okay. Ja, wo du noch? Du bist unsere Grabmaschine, ne? Ja. Genau. Und sag noch, wenn du lahm bist, wenn es sind. Wir haben gar keins mehr. Ja. Warte, ich geh erst mal wieder in die Höhle und guck da, ob's da noch was gibt. Warte, 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 warte. Warte, warte. So, Gap haben wir dann auch. Hier fang ich dann wieder das Gold rein, so. Kann hier noch was rein? Ne, ähm, mal gucken wir mal weiter. Oh, dann gucken wir mal hier, ob hier vielleicht noch irgendwo was ist. Oh, mein Außen juckt. Herrgott. Nein, nicht Herrgott. Kannst du noch Eisen? Nee, jetzt grad nicht. Ach, nee, na, er muss ja mit Schrempieke weiterfahren. Musst du? Hast du keine andere? Ah, hier ist Eisen, nein. Jetzt muss Schrempieke fahren. Und, ähm, ja, ich habe ja am Anfang, beim Start, habe ich eine Challenge gemacht. Das muss ich nämlich, wenn ich gestorben wäre, in der ersten Folge, hätte ich ein bestimmtes Thumbnail reinmachen müssen. Was jetzt nicht das Coolste ist. He, he. Ähm, hier muss ich kurz ein Lied wegmachen, damit ich mir hier Fackeln wieder machen kann, weil ich hab gar keine mehr. Zum Glück habe ich noch genug Glöcke. Zack, 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 zack. So, mach ich mir jetzt erstmal Fackeln daraus, zack. So, ich guck mich hier ein bisschen um, ne? Hm, sammle noch ein bisschen Eisen nebenbei. Ja, ich auch. Ich kann mich gar nicht so schnell umdrehen. Du suchst grad Dias, ne? Weil es leckt zu Tode bei mir, ey. Suchst du grad Dias? Das war kein Lied. Ach, ich weiß noch warum es leckt. Ja, warum? Nein, kann man es drin. Jetzt lege es auch nicht mehr. Sie ist einfach zu gut. Du kannst das auch ausstellen, aber ich weiß nicht wo. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Hier kann man noch runter, das ist gut. Endlich kann man wieder nochmal planen. Hier war ich schon, ja, das ist blöd. Ähm, grad wurde was geschrieben. Mal gucken ob wir gleich Besuch kriegen. Ich brauche neues Essen. Vielleicht kriegen wir gleich Besuch, ne? Wollte ich mir auch sagen. Wer kommt denn? Ja, ja, ich meine auf dem Server, ne? Ja, weiß nicht, aber wer denn? Ja, ich hab da wohl was geschrieben auf jeden Fall. Aber ich weiß halt nicht was, also. Es kann sein, ich fahr mal kurz ein bisschen Level. Immer Redstone abbauen, ne, weißt du. Ja. Ich such dann jetzt auch mal ein bisschen nach Dias. Da bist du. Was machst du gerade? Also bitte. Ja, okay, dann such weiter nach Dias, okay? Jo. Ah, guck mal, da ist unser Ofen und Zaubertisch. Ja, es ist nicht was. Am Ende der Folge nehmen wir den Zaubertisch wieder mit, ne? Was ist? Am Ende der Folge nehmen wir den Zaubertisch wieder mit. Ja, okay, hier ist Lava. Ja, aber nicht. Ich hör hier grad bei mir auch Lava. Ich brauche mich da mal hin. Guck mal, hier haben wir doch was. Hier haben wir was schickes. Ah, hier ist auf jeden Fall Redstone für Level. Das brauchen wir. Und ich bin dann Lower Level. Und wir müssen jetzt mal wieder Dias finden, ne? Nehmt sie dann für Rex? Jo. Nehmen wir. Ja. Ah, das schaffen wir. Das müssen wir. Das müssen wir, das müssen wir. Auf jeden Fall. Hier scheint sich mal nicht Dias zu finden. Alter, was wird denn hier grad die ganze Zeit geschrieben, Alter? Discord Gruber. Alter, ich baue mich hier grad die ganze Zeit dann scheiße mal. Also einmal Dias würde ich schon ganz gern finden, ne? Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Hast du nur Eisen? Ey, als wenn wir jetzt keine Dias finden. Ich hab keine Ahnung, wo ich gelandet bin, Alter. Ach, die sind vollkommen aus ihm, Alter. Wahrscheinlich in meinem Gang. Ne, ich bin ja nicht im Gang, ich bin in der Hülle. Lappes. Nice. Ähm, 48 Lappes. Gut. Ähm, ich such dann mal ein bisschen weiter. Ah, hier ist auch noch mal Lappes. Gut, gut. Gut, so. Jetzt habe ich... Ach, hier habe ich aber nur ein Stack mit, Alter. Ich hab gar nicht nur noch einen Platz zu verwenden. Hier kann man ein Stack halt. Ja, ja. Glaube ich auch. Ähm, ja. Jetzt noch irgendwelche Themen zu besprechen. Ja, ähm, Designs werden... Ich erinnere mich fertig, weil ich gerade irgendwie demotiviert bin. Ich werde den Verbrauch bald wieder erstmal closeen. Bis ich dann erstmal wieder motivierter bin, weil, ja, irgendwie hab ich gerade sehr wenig Lust auf Designs. So, und wir finden einfach keine Dias. Wenigens haben wir einen Enchanter, aber trotzdem. Ach. Kannst du dann morgen auch wieder aufnehmen, Phyrex? Ja. Phyrex. Och, was ist das? Bald geht meine Picke schon wieder tot. Ich habe was gefunden! Warte es! Meme Schacht! Meme Schacht! Auf Höhe 11! Wie? Ich nicht? Jo! Hä? Meme Schacht auf Höhe 11! Ja, ich weiß, das ist richtig krass. Man kann so gut Dias finden, ne? Lapis? Ich sag, man findet so gut Dias in so ne Meme Schacht. Soll ich Enderman. Aber das ist ja mal mega krass. Soll man es einen wiederfinden, oder sollen wir in den Höhengängen verbleiben? Nee, wir bleiben da lieber mal. Nicht mal gehen? Hm? Ich nehme mal ein bisschen Spinnenweben mit. Aber gut, dass ich mich einsammeln kann, so. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ne geile Entdeckung auch zum Ende. Ups. Das ist natürlich geil. Wieso, wenn wir hier nur erstmal ein bisschen durchkommen. Oh, geil. Hier geht's weiter. Das wäre halt geil, wenn ich Dias finden würde. Hier ist ein Spawner. Ich hab hier was gefunden, wo schon mal jemand war. Ich glaub, erstmal soll ich ihn. Ah! Ich hab mich irgendwie zu unserem Zaubertisch stehen lassen. Ja, nimm mir mal mit. Mach den mal weg. Sonst sind wir im Arsch, wenn der geklaut wird. Oh mein Gott, ich kann so... Ich mach grad so risky, ne? Oh, ich hab den Spawner abgebaut. Okay. Gut, Leute. Mhm. Ähm. Achso, den Spawner. Äh, das sollte ich hier mal wegmachen. Okay, noch 30 Sekunden. Hier war ich schon. Ah, Kohle könnte ich gut gebrauchen noch. 13 Kohle. Okay. Okay. Okay, jetzt ich weiter. Okay, gut, Leute. Äh, du sollst dann gleich auch gekickt werden, ne? Hm, 10 Sekunden. Reichen schon. 4, 3, 2, 1. Und da wurden wir gekickt, Leute. Du willst gleich auch, ne? Nein! Ich wollte gerade noch Eis mal mit Kohlen auf dem Tor, leider. Hast du Zaubertisch mitgenommen? Ja. Okay, gut. Ja, das letzte Mal in dieser Folge. Wir haben nichts hingekriegt. Nichts geschafft. Aber ein Zaubertisch. Ähm. Ich hab ne gute Höhle gefunden. Dann werden wir wahrscheinlich nächste Folge ein paar Dias finden. Und ciao. 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 Ciao.